Herzlich Willkommen zu einem weiteren Online Tutorial zum Thema Was ist elektrische Spannung? Wie wir bereits im letzten Tutorial gesehen haben, ist ein metallischer Leiter zunächst einmal nach außen hin elektrisch neutral. Das liegt daran, weil sich die Ladungsträger der Elektronen und Protonen elektrisch gegenseitig aufheben. Gehen wir jetzt einmal hin und bewegen das Elektron vom Proton weg, dann stellen wir fest, dass das Elektron vom Proton wieder angezogen wird. Es wirkt also eine Kraft, die das Elektron in diesem Beispiel wieder nach oben ziehen würde. Schieben wir das Elektron mal weiter runter und wir haben immer noch eine Kraft, die das Elektron nach oben zieht. Das machen wir jetzt nicht nur mit einem Elektron, sondern mit mehreren Elektronen, nehmen diese Elektron auch mal runter und nehmen hier weitere Elektronen. Wenn wir jetzt diese Elektronen hier unten nicht festhalten würden, sondern beispielsweise diese Elektron mal loslassen würden, dann würde dieses Elektron von den anderen Elektronen abgestoßen werden, von diesen Protonen hier oben angezogen werden und würde sich wieder nach oben bewegen. Wir müssen also weiteren Kräfte auf diese Elektronen wirken lassen, damit diese Elektronen weiterhin auch unten bleiben. Das passiert wie gesagt entweder chemisch oder halt durch magnetische Felder. Wenn man sich dieses Gebilde einmal anschaut und jetzt mal ein positiv geladenes Teilchen in diesem Bereich bringt, dann stellt man fest, dass dieses positiv geladene Teilchen von den anderen positiv geladenen Teilchen abgestoßen wird und von den negativ geladenen Teilchen angezogen wird. Also es herrscht eine Kraft auf dieses positiv geladene Teilchen und damit weist man letztendlich ein elektrisches Feld nach. So ein elektrisches Feld kann man sich vorstellen, ähnlich wie in der klassischen Physik dieses Gravitationsfeld, was man vielleicht aus dem Physikunterricht Klasse 8, Klasse 9 kennt, wo eine Kraft auf eine Masse wirkt und das eben deshalb, weil wir halt ein Gravitationsfeld bei uns auf der Erde haben. Das heißt Massekörper werden zum Erdmittelpunkt angezogen. In der Physik Klasse 8, Klasse 9 werden auch Begriffe wie potenzielle Energie eingeführt. Das heißt, man kann beispielsweise sagen, hier unten auf dem Boden hat diese Masse eine potenzielle Energie von 0 und wenn wir die Masse jetzt anheben, dann müssen wir eine Kraft aufwenden und steigern aber die potenzielle Energie dieser Masse. Das heißt, wenn wir die Masse hier anheben nach oben, dann hat die Masse auf dem Niveau eine andere potenzielle Energie, die wollen wir hier einmal wie pot 1 nennen, die entsprechend größer ist als die potenzielle Energie hier unten, weil das Gravitationsfeld letztendlich in diesem Beispiel hier nach unten birgt. Im elektrischen Feld sieht das ähnlich aus. Auch dort haben wir mit Potenzialen zu tun und zwar definiert man hier den unteren Bereich als elektrisches Potenzial mit dem Formelzeichen Phi, also Phi 0 soll hier einmal gleich 0 sein. Hier unten habe ich also ein Potenzial von 0 und weiter oben habe ich ein entsprechend anderes Potenzial, Phi gleich Phi 1. Und ein positiv geladenes Teilchen, was ich hier auf dieses Potenzial bringen würde, das würde entsprechend nach unten angezogen. Anders gesagt, wenn das positiv geladene Teilchen hier wäre, hätte ich zunächst eine Kraft aufbringen müssen, um das Potenzial anzuheben, um dieses positiv geladene Teilchen hier auf dieses Potenzial zu bringen. Man definiert die Differenz zwischen diesen beiden Potenzialen, also zwischen dem Potenzial Phi 1 und dem Potenzial Phi 0 als elektrische Spannung mit dem Formelzeichen U. In dem Fall wäre Phi 1 minus Phi 0 gleich U1, also einer Spannung U1. Das könnte ich jetzt nicht nur in diesem unteren Bereich machen, sondern ich könnte auch Potenziale vergleichen, zum Beispiel Phi 1 mit dem Potenzial ganz oben Phi 2. Also auch hier könnte ich sagen, ich habe eine elektrische Spannung, Phi 2 minus Phi 1, also die Differenz der elektrischen Potenziale, Phi 2 minus Phi 1 und dann habe ich eine elektrische Spannung U2. Und das kann ich für beliebige Punkte machen, beispielsweise könnte ich auch sagen, okay, ich vergleiche ganz unten mit ganz oben, so dass ich sagen könnte, okay, ich habe unten ein Potenzial Phi 0, ganz oben ein Potenzial Phi 2 und die Spannung, die ich dort habe, die elektrische Spannung, ist dann Phi 2 minus Phi 0. Das ist gleich U3. So ist die elektrische Spannung definiert.